Mein Leben spielt sich zurzeit vor allem auf Flughäfen ab. Bis jetzt habe ich in Madrid gelebt. Heute fliegen Papa und ich nach Buenos Aires zurück. Ich stehe vor einem neuen Kapitel meines Lebens. Ach, wie schön dich zu sehen, Herzchen! Wir werden so viel zusammen machen, wenn Papa und ich vorhaben zu heiraten. Was? Es ist nicht einfach, sich an ein neues Leben zu gewöhnen. Du streitest dich mit Jade, mir gegenüber benimmst du dich unmöglich. Du weißt nicht, wie sehr du mir fühlst, Mama. Aber bald ist meine Vergangenheit kein Geheimnis mehr. Wieso darf ich da nicht rein? Was ist hinter der Tür? Welche Tür? Nein, nicht da rein. Wie soll ich das machen? Soll ich sagen, Hallo, ich bin Angie, Violettas Tante. Sie ist die neue Hauslehrerin von Violetta. Und alles wird anders sein. Die einzige Erinnerung, die ich an meine Mutter habe, ist ein Schlaflied, das sie mir immer vorgesungen hat. Sie hatte so eine sanfte Stimme. Du solltest deine Stimme freilassen, du solltest ihr Raum geben, sie fördern. Und noch was, ich will nicht, dass Violetta singt. Die Hausregeln sind da ganz und gar eindeutig. Das ist der unglaublichste Ort, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Er ist voller junger Leute und sie haben alle so viele Talente. Dem Platz hier oder auf einer Bühne müsst ihr euch jeden Tag neu verdienen. Da draußen warten nämlich Tausende, die mindestens so talentiert sind wie ihr. Alle, die da ihren Abschluss gemacht haben, sind heute Profis oder berühmt. Necessito que mi música me diga que estoy buscando en mi. Von diesem Ort habe ich immer geträumt. Erwachsen zu werden bedeutet auch die Liebe zu entdecken. Kann ich dich irgendwo hinbringen? Du wirkst etwas durcheinander. Vergiss es. Ich kann dich jetzt nicht so einfach vergessen. Und die mit ihr verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. Warte bitte, ich möchte das erklären. Zum Glück hast du ja keine Freundin. Du hast ihn ganz sicher nicht angemacht? Absolut sicher. Danke. Seinen Freunden zu vertrauen. Warum kommst du nicht ins Studio? Und wir helfen dir dabei. Und gemeinsam alle Hürden zu meistern. Talentfreies Ameisenvolk ohne einen Hauf von Glamour verzieht euch. Gemeinsam ist das Schlüsselwort. Wir sind gemeinsam stark. Ihr seid schwächer. Kapiert? Erwachsen zu werden heißt sich selbst zu verstehen. Ich will ins Studio kommen. Musik Die neue Serie ab Mai im Disney Channel.